Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Schaut nach oben! Heisst das auch? Ja, ja. Und einer zu hinten ist das auch. Ja, bitte. So. So. Klasse. So. Klappen alle. Hier sind alle. our-klappen alle-klappen alle. Ich glaube, wir sind mit den Arten. Schaun glaube ich, wir stellen alle nicht die Hände zu. Hier hinten, sonst wenn du nicht gehst. Aber es ist eine kleine Verlust. Es ist eine kleine Verlust. Aber es ist eine kleine Verlust. Und jetzt ist es ein, eine kleine Verlust. Ich weiß nicht, was ich habe. Untertitelung. BR 2018 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 dass er selbst erklärt hat, was er bis jetzt erlebt hat. Bei wem? Bei deiner Perla. Bei meiner Perla. Ja, es ist die beste Frau, die es auf der Welt gibt. Ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe. Zum Glück hatte ich das Pfad von der Lager in Brionne. Sonst hätte ich sie nie kennengelernt. Sie hat mich immer durch dick und dünn begleitet. Sie hat alles bestens gemacht. Das ist einfach ein Schatz. Okay, jetzt gehen wir gleich. Du bist nett. Ja, das Gleiche. Das Gleiche. Danke für das Interview. Ich tschüss dir weiter. Wie geht's? Wie geht's? Jetzt haben wir das Pfad gleich vergessen. Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen Ruhe. Nachher müssen wir kochen. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt schaue ich mal den Jean-Pierre. Der Sohn und der Schwiegersohn von Sepi. Und das ist die Jacqueline. Jacqueline, kommst du dir? Hey! Also, ich muss auch ein Kompliment machen. Ihr habt jetzt den Papa sehr überrascht. Tut mir gleich erzählen, wie ihr dazu gekommen seid. Ich habe einfach gesagt, sie müssten es festmachen. Ja. Und das ist auf meinem Mist gewachsen. Weil ich dachte, wir müssen es einfach festen. Wenn wir festen können. Wenn es ein Fest gibt. Ja. Es ist ja schön, dass alle hier sind. Also, ich würde sagen, ihr seid ein super Team. Wenn man das sieht, wie das alles wunderschön aussieht. Also, ein Kompliment an EUR. Wirklich super. Danke. Ihr habt alle ein Mutti verdient. Oh! Hallo. Hallo. Pansi oder Tsi? Du kannst dich so schiefen. Ja, ich geh. Das ist meine Schönste, die Susan. Susan! Hallo. Hallo! Hallo. 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 Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 . Ja, 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 ja. Das ist mein Fisch. Das ist schön. Lass uns die sie bringen. Ja, genau. Vielleicht. Komm, komm mal wieder. Es tut mir leid. Also, das ist so. Alles ist so. Wollt ihr noch? Es ist so. Oh, 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 bella polenta così Cha-chapum, 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 cha-chapum Quando si mazna la bella polenta, la bella polenta, si mazna così, si guanta così Das war's für heute. Das ist jetzt der Sohn von Jean-Pierre und der ist der Fotograf. Das ist der Sohn von Jean-Pierre und der Sohn. Das ist der Sohn von Jean-Pierre und der Sohn von Jean-Pierre und der Sohn von Jean-Pierre. Das ist der Sohn von Jean-Pierre. Schön, herzlichen Dank. Schön für dich. Da ist immer noch dabei. Ja, ohne, ich finde es kühlt. Eben? Ja. Ich bin mir da. Aber sie wissen ja, wenn wir da sind. Ciao! 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 Tschüss! Was sagst du über Diana? Über Diana? Wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, Diana ist unbeschreiblich. Und Diana, was sagst du zum Champion? Ein wunderbarer Mensch. Wirklich. Wir haben natürlich einen wunderbaren Sohn. Er hat gesagt, dass wir einen Tod sind. Ja! 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 Das war's für heute. Und er bist du da und verweckenst du dich. Du hast dein ganzes Lied und alle dich bei mir. Drum wollte ich Merci sagen, mit diesem kleinen Lied. Mütterlein. 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 Davon war schon ans Frühjahr. Steht zu früh, steht zu früh auf dem Tisch. Steht man nie. Weinen viel, alle zehn. Das Herz wird dir so schwer. Kann so die Gelegenheit nicht sein. Die Wohnung ist jetzt so leer. Denn ihr Kinder sind alle. Mütterlein. 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 «Ich sage dir jetzt, ich will meine Geschwister unsichere dich.» «Du bist dich schon und gefährlich, und dich auch erlärtst dich» «Mühalt am Leben, oh, 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 oh» «Sich bring doch mal » Ich sage dir jetzt, ich, 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 Ich sage mal herzlich willkommen, so schön sind ihr. Wir haben wirklich mega, mega Freude, weil wir haben das Fest zur Ehre von unseren Eltern gemacht. Weil sie sind im letzten Donnerstag 60 Jahre gehiraten. Eigentlich wollte sie das Fest nicht unter dem Motto 60 Jahre heiraten, sondern einfach alle ihre Freunde und Verwandten und Nachbarn einladen. Und dass wir sie einfach gut haben miteinander. Und man weiss nie, wenn wir wieder festen können. Und so ist es mega schön, dass Sie alle von uns sind, dass wir zusammen können. Also, questa festa ist eine Trapola. Wir haben 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 sie für 60 Jahre. Und so, danke für alle, die hier sind. Und danke für alle, die Sie hier sind. Es ist ein großer Dankeschön an euch. Und da nehmen sie zu? Danke! Also, Tansdasser, Saladpipé holen, Fleisch, Raclette, Kadäpfel. Also, habt ihr kapiert? Salat, patate, rackle, salsa für die Fleisch nach rechts und die Fleisch nach rechts. Grazie! Der Vino ist auf der Tafel. Auch der Wasser. Und wenn ihr braucht etwas mehr, ein Risotto, das ist nicht so. Ah, die Jean-Pierre, eine Polenta! Eine Polenta nicht! Also, was gibt es? Entschuldigung, etwas wollen wir vergassern, etwas wollen wir vergassern, ein Baccio, ein Baccio! Baccio, Baccio! 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 Bravo! Super! Für Erfolg braucht ihr nicht zwei, gell? Wir freuen uns alle. Malen! Ja! Das sind die Leute! Wir wollen es selber rausnehmen! Und dann ist das so. Das ist so. Was ist denn? Ja, ja, das ist so. Der erste. Der erste. Ja, das ist so. Wow! Wir dürfen es selber rausnehmen. Und dann ist es so. Das ist so. Nice. Oh, nice. Sie dürfen das selber rausnehmen. Wenn wir Menschen... Das ist los. Ach, okay. Ja, das ist groß. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja. Schön. Das ist fast gemein. Der Ernst hat immer grilliert und ich komme noch mal in die Quableröse. Und wird schon geküttelt. Hast du es bald durch? Ja. Du bist bereit. Es ging alles gut. Super. Es hat so viel mehr. Man kann nicht mehr essen. Es war wunderbar. Wir könnten den ganzen Tag essen. Super. Es war wunderbar. Danke. Danke für deine Mühe. Sehr gerne. Jetzt nehmen wir noch einen Apfel. Hier. Schön. Super. Super. Schön. Superfest. Mit solchen Nachbarn sowieso. Ihr seid Nachbüren. Super. Netti und Seppi kennen mich schon seit ich so klein bin. Jesus, wie herzig. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Der Chantier macht das super. Ja, das ist extrem. Weisst du, was du in den Hotelhäuschen verfüllen hast? Ja, ich weiss. Oh, der hat einen grossen Schuch. Ja, ja, das grosse Raclette, nicht nur das kleine Pfändchen. Immer am 1. Mai, weil ich das Keiberacke, immer am 1. Mai in Luzern war ich am Raclette stand. Ah ja? Immer. Das ist der 1. Mai. Werkschaftsanlage in der Stadt. Ja, klar. Da meine ich immer. Aber da hatten wir die Leute live unten dran, vom Barmärzler. Ja, genau. Da kannst du abstreichen und wieder. Nachher am Abend, am 11 Uhr, kannst du dann ganz ... ... putzen, alles drum und dran. Du hast immer unten, oben, also sechs. Ja. Und oben dran, Hitze. Ja, ja. Super. Das macht wirklich super, weisst du. Ich habe gesagt, nächstes Jahr, ab Pfingsten muss ich etwas mitnehmen. Es gibt immer noch ein Zeichen. Ja, eben jetzt, ich brauche mehr. So schön. Schön. Ja, das ist wunderschön. Und das ist schön kühl. Das ist gerade eine schöne Aufnahme. Das ist gerade eine schöne Aufnahme. Gell, das ist schön kühl. Ich habe eine schöne Aufnahme. Oh, ich habe eine schöne Aufnahme. Und dann hier wieder ein bisschen. Filmen, filmen. Ah, filmen. Ja, filmen. Ja. Alisa. Alisa. Oh, ist eine schöne nochmal. Ganz schön. Wie alt bist du dich? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja, fleißig, gell? Ja, schön. Schön, schön. Super. Ich bin sehr froh. Ich habe mich auch geholfen. Auch nur ein Mann. Oh, ich habe mich so beleidigt. Normalerweise ist es so. Ich weiss nicht, wieso nicht. Es ist ein bisschen gefährlich. Momentan sind wir im Wälder. Wir sind da im Garten. Ja, weisst du, was wir hier haben. Wir haben hier auf den Weg. Nein. Ja. Schau mal. Die sind die. Oh, da könnten wir drüben. Ja. Ein. Das ist genau gut. Ich bin nicht. Ah, ja. Das ist nicht. So, ja. Aber schön! Lieber Freunde! Schau! Schau! Ich empfohlen! Nachher für die Schuhe bei der Mühle! Die Schraubbocken! Das ist im Falle der Schatz! Schau! Aber ich möchte alles haben! Aufstehen, hinzugehen und holen! Es gibt Kaffee, es gibt Dolce, aber sie müssen sie dir servieren! Schau! Pulsieren! Pulsieren! 2'0! 2'0! 2'0! 3'0! 3'0! 2'0! 4'0! Ich möchte diese Pater Wenn man die Wände in der U-Harsen hat, dann kommt es auf mich. Den muss man zu Hause Salatschüsseln für heute. Du, du, du! Voll, voll! Du musst nicht nach Hause gehen. Ja, richtig. Wir sind nach 10 Uhr am Morgen kein Cappuccino mit. In Italien? Nein. Cappuccino. 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 Ja, ja, ja. Danke. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Du bist mir froh und ich bin bei dir mal. Mit dir ist es so schön zu streiten, weil du es so schön kannst du gern. Dann wieder gute Zeiten, wo dich auch in die Arme nehmen. Ich wäre ein Fogel ohne Flügel, wäre ein Fisch, der nicht mehr schwört. Ein Schiff ohne Segel, wenn die Sonne nicht mehr blöss. Wie schade, dass du bei mir bist, du mein Leben ist hellig. Ich wäre ja so verloren, was würde ich, Herr, mit mir. Du musst schauen, ob es grün oder rot ist. Jetzt ist es rot, oder? Jetzt nirgends. Das ist unglaublich. Ich habe es nicht gewusst, wer dem Schatten gehört. Hast du auch nie verwechselt? Nein, nein. Wir sind jetzt noch nie. Und hast du auch die Schatzerin nicht verwechselt? Ja, das schon. Aber wir waren immer ganz liebe. Wir führten sie nie aufs Glatteis. Nein, nein. Doch nicht? Nein, nein. Und in der Schule? In der Schule haben wir ab und zu die Plätze gewechselt, weil der Lehrer uns nie gekriegt hat. Nein, die haben nie gekriegt. Nein. Der eine musste vorne sitzen, der andere musste hinten sitzen. Nein, sicher? Ja. Und die sind noch gar nicht drauf gekommen, oder? Nein. Das ist der Beste. Das ist der Beste. Und wenn es ist, ist das Elternsfeld? Nein, er ist älter. Wie viel? 5 Minuten. 5 Minuten? 5 Minuten. Dafür ist er grösser. Und was habt ihr so von der Zwillinge-Jugend? Immer gleich angelegt? In der Schule immer gleich angelegt. Unsere Mutter hat immer geschaut, dass wir immer gleich angelegt waren. Ja, wie herzig. Und ist das bei euch so, dass immer Zwillinge unzertänlich sind? Ja. Ist das so? Ja, es ist... Ja. Wir können uns miteinander kommunizieren, ohne etwas zu sagen. Wir wissen, was wir... Ja, super. Ja. Und dann ist es doch so. Und ihr habt es immer fest zusammen miteinander. Genau. Ja. Ja. Wie war es denn, wenn es erst eine Freundin gebrannt hat? Ist der andere nicht ein Problem gehabt? Äh... Wissen wir nicht mehr. Wir haben eben geschaut, dass wir beide eine haben. Dann war das gut. Ich meinen, was ich den Tag herrn möchte. Das war so. Ja, das war so. Ja. Okay! Ich danke allen für das Interview. Ja. Ja, das war schön. Nein! 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 Ich habe recht herzlichen Dank für die wunderbare Tat. Ihr habt ihr so viel gewollt. Sie hat alles gemacht. Nein, nein, nein. Bei ihm haben wir zu viel Bier. Nein, nein, es ist gut. Wir haben zu viel. Ich weiss, dass ihr beide miteinander geschaltet habt. Die Eltern haben ernst gelieckt bei diesen beiden. Sie haben einen wunderbaren Sohn und Tochter. Vielen Dank. Danke. Danke. Nein, ich erzähle nichts. Das steht in den Weg. Ein bisschen fregiotta. Ein bisschen fregiotta. Ein bisschen fregiotta. Ja, aber fregiotta. Ja, aber fregiotta. Nein, ich gucke mich gerade. Ich gucke mich gerade. Et va bé. Nein, prima. Voi vengo io. Tante belle così. Ja. Ja. Ja, das ist doch gut. Gut, dann musst du mit dem Töff unterwegs sein. Töff, Töff ist besser. Töff, Töff ist besser. Töff, Töff ist besser. Töff, Töff. Töff, 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 Töff. Töff, Töff, Töff. Töff, Töff, Töff. Keine Ahnung, ich wusste nicht. Ich hatte wirklich nichts davon. Der Mond ist schon, die Sterne sind oben. fit mir vorgecken und die hat mich gefragt. Ich sagt mir so ... Du hast schon eine Träne? Ja, sie müssen Tränen kommen. Gott sei Dank. Und du определ herramientativ. Ich habe das auch gesagt. Ich freue mich mega. Du hast keinen Online get préparten. Nein, nein, absolut nicht. Ich dachte, es sei spontan gewesen, aber er hatte es schon lange geplant. Sicher? Ja, das stimmt. Also, dann gratuliere ich euch beide zusammen. Und für den Lattang und die Glamour. Danke vielmals. Zeig mal uns eine Frau. Komm her. Wenn es mir wieder fällt. Ich auch. Schöne. Schöne. Ganz schön. Hallo. Super, ja? Schöne. 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 Alperrosen müssen das sie sein Wo neben uns im Heu Klege sie Sie zähne zogen am gleichen Ort Wo der Herbst ist gekommen Da ist sie wieder fort Fort ist fort Wo die Herbst schneiden